Jaa Ok So Uiuiui Zwei Browsern zu spielen ist echt nicht easy Uiuiui Kaktus Achtung Was zum Fick Penis erschlagen Hat er seine Waffe Enchanted Waffe mit Name Er war zu groß Wo ist denn der Scheiße Ich peile immer noch nicht genau wo dieses Ding von denen ist Ich muss einfach geradeaus Achso Boah wenn du mir jetzt sagen willst, dass es direkt da nebendran ist Dann bin ich glaube ich mal schon so mega oft vorbeigelaufen Hat kein bock mehr Ist wieder da leider Hat kein bock mehr Boah Alter die sind ja mega nah dran an uns eigentlich Na das sieht nah dran aus ist aber eigentlich schon weit entfernt Ne das sind 400 Blöcke oder 500 Blöcke Ähm ich sollte ja eigentlich die Wasserquelle weg machen oder? Ja hab ich weg gemacht Oh das ist gut Du musst die wieder hin machen wenn ich es dir sag Gehts in dem Zombie Grinder Na egal So Da hinten sehe ich einen stehen Ich weiß echt nicht was die bauen Was die gerade bauen Naja komm können wir schon mal unsichtbar machen Ist ja verbrannt heißt es verbrannt oder so Weißt du bei mir ist irgendwie da steht halt nicht mehr Nicht mehr wirklich das was da eigentlich stehen sollte Sondern irgendwas anderes Ja das liegt daran dass die Beerus unbedingt mit dieser ganzen Config Scheiße rumspielen musste Und es jetzt toll findet dass da irgendwas steht Okay Ja komm wenn die wenn die Ding da ist wenn die Vergiss nicht Johnnys Haus ist das hinterste Das neben dem Bootshaus zwischen dem Lager Ich hab gerade auch so einen Screenshot gemacht Das ist natürlich doof So ich bin bei den Taktisch an John vorbeigelaufen So wie komm ich da jetzt am Intelligen Intelligenzisten rein Ich hab noch sechseinhalb Minuten Wieso? Ja das stimmt Ja das stimmt Ja das stimmt Ähm Ich kann ihn nicht mal weiter bauen gleich Weil wie? Ich kann gleich nicht mal weiter bauen weil Probleme Was sind Probleme? Ich kann nicht mal weiter bauen weil ich hab dreckig genug aber kein Rand mehr zum Weiterbauen Das heißt ich muss warten bis du wieder kommst Wuhu! Kein Rand mehr doch du kannst einmal umranden noch Und äh auf der anderen Seite kannst du nochmal umranden Ich hoffe er hört mich nicht Ähm Moment Ich hab meinen nächsten Bauort gefunden Ja? Ja und das ist ganz in der Nähe von denen Schwebende Inseln sind immer toll ne? Vor allem wenn sie schon von Natur aus generiert wurden Bumm Hast du was gesprengt? Ja ganz aus Versehen natürlich Man sieht noch nix Ich glaube ich mach nur Ähm Ja komm Ich glaube ich brenne es lieber nicht ab weil da könnte was Was abbrennen was nicht abbrennen sollte Also ich seh noch nix was gesprengt wurde Hm Die Map updatet sich aber auch nur alle 50 Stunden Ja Aber ist egal Ähm Du hast glaube ich das falsche Haus gesprengt Ne ich war in Jansheim Haus innen drinne War das jetzt ganz rechts? Jansheim Haus da wo die Endertruhe drin ist Das ist glaube ich das falsche gewesen Ne da ist der Der Truhenraum Das ist das von Allen Das ist das Lager Ja gut dann ist es das Lager Das von Jan ist das daneben Das hessliche daneben? Ach das ist aus Sandstein? Ja Ja gut dann tut's mir leid Ist halt weil die im Team sind Aber ich darf Kubi noch zweimal töten eigentlich ne? Und Kalle noch einmal Das halte ich mir im Hinterkopf noch So Die Farmer habe ich auch noch gemacht Pfff 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 Naja und dann jetzt die Deck mich deck mich ok? Hä? Deck mich Sag mal kurz dass ähm Dass ich bei dir bin halt Wir dürfen jetzt nicht sterben ne? Wir dürfen jetzt nicht sterben ne? Niko Hi Welcher Hurensohn hat TNT hier geplantet? Ne aber ich komm gleich und zünd was an bei dir Du hast immer in seiner Hülchen getötet Ich komm gleich und zünd bei dir was an Jetzt kann das ein Kentucky Fried Chicken nicht mehr aufmachen wegen dir Aber das würde ich auch gerne wissen wer bei dir jetzt was platziert hat Ja bei uns ist alles kaputt gegangen warum auch immer Ja Jetzt habe ich mir grad eben ne fucking ähm Wer ist das? Feuerzeug gemacht Alex und Alex was Ja Alex was würdest du sagen soll ich jetzt noch vorbeikommen oder nicht? Ja da schon was kaputt ist ist irgendwie tof oder? Ja dann ist schon langweilig weil doppelt griefing ist ja scheiße Ja Was heißt wenn doppelt äh doppelt gemoppelt ist ist ja langweilig Dann hat mir ja einer schon den pfff Oh ne Witz Welche kleine Hure war das? Trak Kubi Geh aus unseren Chat raus bitte tu mir den gefallen Wir sind immer der Grumpy Chat also bitte Mach nicht dass wir wirklich gleich noch zu euch kommen Ja wir sind echt der Grumpy Chat Wenn du wirklich wenn ihr wirklich gleich noch zu äh zu uns kommt dann gibt's hart Arschfick das kann ich euch sagen Äh ja genau also du warst schon bei uns griefen und alles Hast äh gold geklaut Ja vor allen Dingen habe ich auch schon voll viel gegrieft ne Ja du hast alle meine Hühner getötet Na das war ich nicht mal Du hast Penisse gebaut Ja ich habe Penisse gebaut das hat aber nichts mit griefen zu tun Das ist für mich griefen weil es einfach die Landschaft Ja für dich das ist aber nicht mal griefen Das verscheidelt die Landschaft Ja dann sollst du die scheiße jetzt weg bauen Wir haben das nicht mal gemacht Dann sollst du die scheiße jetzt weg bauen die du gemacht hast Boah die Insel bauen ist ekelhaft Ja ist halt zeitaufwendig ne Ja vor allem die wenn man noch mal einen Ring drum drum ziehen muss dann geht der Dreck aus Dann muss man wieder ins Inventar greifen Ich hab einen Ring um einen Ah Zombie Uiuiui Ich fall gleich runter Ich fall gleich runter Vorsicht Ok ich glaube ich lass mich kurz Alter ich habe hier mega viele äh Monster und ich habe keinen Schmerz mitgenommen Ja ist es auch besser so weil wenn du sterben solltest Ne ich hab oh mein Gott Ja ich werde auf jeden Fall sterben Wenn aus dann spring von irgendwo runter runter Ich hab noch einen Halb Ok Passt Weil das wirkt noch realistisch Ich würde schon einen Creeper erschlagen Ne Naja egal Zeug nicht unten kann unten bleiben M опер Das war kein Creeper das war die Höhe Das war kein Creeper das war die Höhe when we Gut, hab' kein Dreck mehr. Ah, ich hab' immer noch ein Ohrwuch. Ähm, hast du das Wasser runtergelassen? Nein. Gut. So. Äh, ich brauch' wieder Dreck. Ja, ich auch. Ähm... Wie wär's, wenn ich... Alter, ich hab' jetzt alles Dreck von der Truhe in meinem Inventar, ne? Du hast aber echt viel Dreck am Stecken. Ich hab' halt einfach nix mitgenommen. Ähm, ich überleg' grad, weißt du... Ähm... He... Ups. Das mit dem Feld war auch nicht ich, ne? Bestimmt nicht. Was? Du hast das Feld auch noch? Ich hab' einfach nur... Ich hab' einfach nur einen Schalter gedrückt, mehr nicht. Ach so, das... Ja, das ist der hier tolles automatisches Feld. Das ist gar nicht das Konzept von Herr Gronkh. Der ist von sonst woher hat. Abgekupfert ist... Da finde ich lieber was eigenes... Ja, aber auch das von Gronkh ist, äh... Ja, wie du sagst, abgekupfert. Also, das haben auch andere schon erfunden. Es gibt die... Es gibt die besten Feldmaschinen überall auf YouTube zu sehen. Weil das irgendwelche Leute mal gebaut haben. Was ich übrigens ziemlich nice finde. Ich hab' jetzt auch schon Redstone-Schaltungen und sowas gelernt in... Weil ich halt YouTube-Videos geguckt hab'. Wuhu! Hier machen wir so dran. Ähm... Dann baue ich schon mal die nächste... Die nächste Rund... äh... Rundumschicht, okay? Mach das! Die soll ja... So weit wie möglich in die Richtung der Insel gehen, ne? Ich frag mich wann die sich wieder aufnehmen wegen den Dias. Außer der, der es war... Achma... Ihr seid alle jetzt am Arsch, außer der, der es war gibt's zu. Ach schade, ich hab grad gelesen. Ihr seid alle am Arsch, außer der, der es zu gibt. Oh ja, das hab ich grad eben gelesen. Darf mir so... Dann sag ich ja gleich mal, komm komm, ich war's. Ich meld mich freiwillig, auch wenn ich nicht gewiss. Ey, schieb wir's auf Nils. Ja, wir schieben's auf Nils. Nils und Kalle waren's best... Kalle und Julian waren's bestimmt. Nils und Kalle und Julian waren's sicher. Hundertprozentig. Ja. No shit, Sherlock. So. Wir zerstören euer scheiß Gebiet, Alter. Naja... Hühnchen, fünf Billionen Tode für ein einziges TNT war's, oder? Vier. So wenig. Aber das, 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 äh... Das macht auch nichts in der, ähm... Und jetzt wollen die alles. Haben wir von unten schon alles hochgeholt? Naja, mein wichtiges Zeug ist halt in der Enderchest, mein ganzes Quarz, das wir noch brauchen werden. Ist das in der Enderchest, oder wo? Nein, das ist in der Chest. Hm. Ja, würdest du das Quarz einfach hier auf die Insel hochholen, schnell? Wenn du mir irgendwas Wasser runterlässt, ja. Ja, ja, klar. Dann lass ich Wasser ab. Dann lass ich laufen. Äh, mach's einfach schnell hier. Ja, ja, guck mal, dann baue ich mich kurz hier rüber. Ja, ich hab, ich hab kein Wasser dabei. Wenn nicht, ähm, teste mal, ob du in die Beeten springen kannst, ob du, ob du triffst. Das ist le- selbstmord! Okay, das ist selbstmord, aber dann, ja gut, okay, testen wir lieber nicht. Ich seh dich schon so. Alter! Alter, nice! Bosshaft, alter! 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 Der Bosshaft-Player ist zurück. Ähm, ich mach's gleich zu Quarz-Blöcke, wenn du willst. Dann, äh, nimm's nicht so viel Platz weg. So. Die haben unser Portal wieder in Gang gesetzt. Ja? Ja, mach's kaputt. Ähm, ja gut, wenn ich baue das Portal einfach ab, weißt du, äh, baue es Obsidian ab. Äh, kann man den Chat hochscrollen. Ich schaff noch mal das Obsidian mit hoch, das ich hab. Sonst irgendwas wichtiges? Ich nimm doch Glowstone mit. Ja. Äh. Ähm. Äh! Lol, wenn ich im Chat gucke bei der Insel, äh, ne, bei, bei, bei der, der Minimap, dann, ähm... Boah, ich bin so voll der Zombieslayer. Alter! Die ballern ja schon schnell. Und ich geh in die vier, äh, äh, die Quarz-Dio noch rein, das geht noch rein, das geht rein. Ich glaub, ich schreib grad noch. Ja. Ja.